Heute habe ich wieder eine kleine Anregung zur Selbstreflexion für dich. Alles im Leben ist ein Geschenk des Universums an dich. Und das, was du aus deinem Leben machst, ist dein Geschenk an das Universum. Statt Universum können wir auch sagen Gott, Göttin, die göttliche Quelle. Wie sieht das aus mit deinem Geschenk an das Universum?